Servus zusammen und recht herzlich willkommen auf unserer Alpen-Map. Neu-Mini-Brunn steht heute wieder mal an und ihr seht es schon, wir stehen auf einem Feld und das sieht auch ganz stark nach Ernte aus. Wir sind im Juli und sind mitten in der Ernte hier mit dem Glas Xerion. Da drüben steht unser Fendtgespann und der New Holland ist auch bereit, denn wie gesagt, wir sind in der Ernte. Kurzen Überblick und zwar habe ich jetzt schon die Felder 18, 20, 24 und stehen tun wir auf Feld Nummer 23 abgeerntet. Da war dabei Gerste, Hafer, Weizen und Raps und das Ganze habe ich mir in die Produktionen geworfen. Entweder produzieren wir Mehl oder wir produzieren verschiedene Produkte für unsere Tiere, wie zum Beispiel Schweinefutter. Dafür habe ich zum Beispiel die Gerste gebraucht. Leute, wir müssen weiter zur 13, auch die ist erntereif und Feld Nummer 2, da ist Ackergras drauf. Also keine Müdigkeit vorschützen. Wir werden als allererstes mal, bevor wir hier das Stroh einsammeln für unseren kleinen Berghof, weil dort brauchen wir auf jeden Fall auch Stroh und der ist in der Nähe, werden wir uns, falsch mein Freund, hier rein. Jetzt aber erstmal in den New Holland setzen, das ganze schöne Mähwerk oder Schneidwerk mal hier zusammenpacken und dann werden wir das schöne, schöne Gerätchen umsetzen auf unser Rapsfeld direkt am Hof. Und los geht's. Wir machen natürlich die Rot-Um-Kennleuchten an. So, er sortiert sich hier vorne noch mit den zwei Teilchen. Das ist natürlich nicht aus dem Fahrerhaus einfach zu fahren, aber wir kriegen das auch so wunderbärchen hin. Ja, mein Urlaub ist zu Ende. Ich war zwei Wochen im Urlaub. Jetzt, nach mehr als 14 Tagen, wird's mal wieder Zeit, einige Folgen aufzunehmen. Und in Kürze werden wir wieder auch streamen. Natürlich wieder live und das Ganze zu neuen Sendezeiten. Ich habe euch ja abstimmen lassen und der Donnerstag ist gesetzt. Ansonsten ist noch ein bisschen offen. Der Montag und der Dienstag. Ganz am Anfang war eigentlich ganz klar oder hat sich schnell herauskristallisiert, dass es auf den Montag gehen soll. Aber mittlerweile hat ja ein bisschen der Dienstag aufgeholt. Aber kein Problem. Ihr könnt noch abstimmen, wenn ihr wollt. Das Voting ist sozusagen noch geöffnet. Und morgen Abend am Donnerstag, wenn wir streamen, schauen wir mal, wie weit wir sind. Aber wir lassen das Voting noch bis Samstag 20 Uhr offen. Und dann steht fest, ob wir zukünftig auch am Montag oder am Dienstag streamen. Es gibt noch ein zweites Voting. Da komme ich aber später dazu, wenn es nämlich um unsere Projekte geht, wo es weitergeht und wo nicht. Und das hat schon einen Grund, warum ich hier die neuen Mini-Brunnen nochmal ein bisschen mit euch zocke hier im Video. Aber wie gesagt, da kommen wir später hin. Ansonsten gibt es viele, viele Neuigkeiten in der Zwischenzeit. Natürlich in 14 Tagen, in etwas mehr als 14 Tagen hat sich auch einiges getan beim Farming Simulator 25. Ja, wir müssen uns mal daran auch ein bisschen gewöhnen an den 25er. Es gibt einen neuen Trailer für die Gamescom, die ja jetzt, ich glaube morgen am Donnerstag die Tore öffnet für das Publikum. Also für alle. Und da gibt es einen schönen, schönen Trailer. Den müsst ihr euch ansehen, denn da werden a Jungtiere gezeigt. Jungtiere, Ferkel, Lämmer und entsprechende Kälber. Und wenn man das auch richtig sieht, dann auch in verschiedenen Wachstumsstufen. Muss man aber genau hinschauen. Aber was natürlich noch viel, viel spannender ist, ist im Prinzip ein Wunsch, den ich auch schon mal geäußert hatte hier bei meinen Top 3 für den LS25. Nämlich Wetter. Es wird so etwas ähnliches geben wie, ja, ich glaube ein Tornado war es oder auf jeden Fall Wetter, Wetterereignisse, die sich dann auch tatsächlich dann auf unsere Früchte auswirken. Soll heißen, es gibt tatsächlich Schäden dann auf dem Feld. Ertragseinbußen. Dürft ihr euch gerne mal ansehen. Den Trailer von Giants aus dem Gameplay heraus wieder interessant. Natürlich sieht man dann auch einige neue Maschinchen, gar keine Frage. Und natürlich den Spinat. Auch das hier eine ganz besondere, interessante Geschichte. Denn mit dem Spinat haben wir eine Frucht, die wir zweimal im Jahr ernten können. Wenn wir fix und rechtzeitig dran sind, natürlich bei der Aussaat. Jo, so, also wir sind jetzt hier mittendrin und werden hier nochmal ein bisschen Raps auf dem Feld ernten. Ich habe dann vor, auch die Felder erstmal relativ, ich sag mal, für sich zu belassen. Wir werden hier nicht gleich wieder mit den Maschinen drauf und die Felder bearbeiten, denn wir wollen einigermaßen zügig hier durchs Jahr kommen und möglichst bald in die Ernte für unsere Trauben kommen. Denn auf dem Weinberg habe ich auch schon wieder ein bisschen was gearbeitet. Und wir wollen, oh, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier müssen wir ein kleines bisschen aufpassen. So, dann machen wir hier noch ein bisschen Vorgewende. Und was viel, viel spannender ist eigentlich, wir haben ja Pappelfelder und da möchte ich auf jeden Fall auch noch einsteigen, diese Pappeln zu ernten und in unser Bio-Heizkraftwerk oder Biomasse-Heizkraftwerk das Ganze dann auch letztendlich einzuwerfen. Das ist der Plan und das ganz, ganz große Ziel ist und bleibt natürlich unser Müsli hier auf Neuminibrunnen. Die wunderschöne Alpenmap, die wir jetzt auch schon über 200 Stunden zocken. So. Und dann nochmal hier die nächste Bahn, auch die werde ich noch selber fahren, bevor wir dann hier mit dem Fendt auch umsetzen. Der soll hier natürlich abtanken. Ich muss mal die Karte reinholen. Ah, aus irgendeinem Grund. Lass mich mal kurz schauen. Wir haben hier eigentlich ziemlich schlechte Erträge. 92% nur. Was habe ich denn verpennt? pH-Wert eventuell. Ja, gut, dass wir nicht gewalzt haben, ist natürlich auch 1-2% schön, ne? Aber 92%, okay. 83%, 81%. Ja, da ist schon ordentlich. Irgendwas habe ich hier verpennt, glaube ich, beim Düngen, so wie es aussieht. pH-Wert. Naja, also auf jeden Fall haben wir dann noch jede Menge zu tun. Denn wir werden natürlich dann die Felder alle rundum kalken, irgendwann mal im Winter. Und natürlich düngen. Gärreste und Gülle ist ja jede Menge da. Miste werden wir aufheben. Denn wir können aus Mist mit unserer landwirtschaftlichen Produktion, lass mich kurz überlegen, ich glaube, Dünger herstellen, Feststoffdünger. Auf jeden Fall werden wir unsere landwirtschaftliche Produktion jetzt extrem einsetzen, um Dünger und Saatgut herzustellen und verschiedene andere Dinge. Den Hafer, den habe ich ja in unsere Molkerei gebracht. Da machen wir jetzt lecker Hafermilch. Und da brauchen wir, glaube ich, noch Sonnenblumenöl dafür. Also müssen wir schauen, dass wir die Sonnenblumen, die hier auf dem Feld nebendran sind, bald, bald ernten können, um die dann auch in die Produktion zu werfen. Und ihr seht, wir haben hier jede Menge Produktionsketten. Wir werden also nicht die Materialien hier direkt verkaufen, sondern natürlich Produktionen entsprechend befeuern und das Ganze natürlich dann auch entsprechend weiterreichen in die fort weitergehenden Produktionen. So, ich glaube, jetzt können wir den Kollegen hier sich gleich selbst überlassen. Soll heißen, der Helfer darf ran. Hier haben wir ein Ackergrasfeld und in der Vergangenheit habe ich das ja jedes Mal immer neu angesehen. Totaler Quatsch, totaler Blödsinn. Also Ackergras wächst natürlich nach. Ähnlich wohl wie Spinat, ne? Kleiner Hinweis. So. Und dann hier mal kurz umsetzen und in die nächste Bahn gebracht. Leider noch nicht mit GPS. Auch das wird ja dann zukünftig kommen. GPS. Wir können eigentlich mal die Rudunkernleuchten ausschalten. GPS im LS25 auch endlich für die Consolieros. Denn, äh, dürft nie vergessen, wir zocken hier auf der PlayStation 5. So, ich denke, das sollte funktionieren. 36 Prozent. Wir schauen mal. Da steht der Klaas aber mit dem Fend, der ja ein bisschen Getreide geladen hat. Lass mich mal kurz schauen. Da machen wir natürlich. Nein, äh, da machen wir zu. So. Jo, fahren wir mal runter. Ich überlege gerade, das Getreide brauchen wir für was? Weizen? Weizen, Gerste. Gerste brauchten wir auf jeden Fall für unser Schweinefutter. Denn das geht jetzt auch schon ein bisschen zur Neige. Und Weizen brauchen wir, ich glaube, für Saatgut. Aber wir haben genügend Saatgut oder Weizen im Saat für die Saatgutproduktion in unserer landwirtschaftlichen Produktion, sodass wir da, glaube ich, nichts nachsteuern müssen. Bringen wir das also jetzt erstmal ausnahmsweise ins Silo. Äh, nicht, äh, zur Mühle, um, äh, Mehl zu produzieren, weil da haben wir ja den Hafer hingebracht, beziehungsweise Hafer in die Molkerei, aber ein Teil eben auch in die Mühle, um Mehl zu produzieren. So, da schauen wir dann später auch mal rein. In der Zwischenzeit werden wir Stroh, also Stroh haben wir auch genügend, Stroh werden wir also in unser hessisches, äh, Fermenter-Silo kippen und Silage produzieren. Denn ihr seht es da oben rechts, das ist, äh, dieser Kontostand ist natürlich hauptsächlich der, dem Silage beziehungsweise der BGA geschuldet, die ordentlich befeuert wurde. So, dann mal hier rein. Ich denke, wir können den Hänger hinten, ja, wir hätten eigentlich auch schon abkippen können. Na, warten wir es mal ab. Wir warten es mal ab. So, wo ist er denn, der Treasure? Wo ist er? Na, hier vorne noch nicht. Aber wir könnten die dann schon mal spaßeshalber abtanken, weil dann können wir oben mit dem Glas weiterarbeiten. So. Augenblick. Äh, nein. Sudele. Hier machen wir wieder auf. Hervorragend. Dann schauen wir mal. 60 Prozent. Okay. So, hier müssen wir auf jeden Fall noch Stroh einsammeln, aber ansonsten, ja, vielleicht lassen wir auf jeden Fall noch den kleinen, äh, einen kleinen Drescher, nicht Drescher, einen kleinen Traktor drüber fahren und machen hier noch Stoppelsturz. Das könnten wir auf jeden Fall noch machen. Anschließend vielleicht noch ein bisschen hier mit, äh, Gülle schon mal vordüngen. Aber wie gesagt, so viel auf den Feldern will ich jetzt diese Monate nicht tun, denn wir haben da auf jeden Fall genügend Zeit dann im Dezember, Januar. Wir müssen aber uns Gedanken machen. Naja, okay, unbedingt jetzt hier. Ja, doch, Raps, Raps müssten wir auf jeden Fall im August, September aussäen. Alles andere hätte eigentlich Zeit auch für März oder April. Naja, gut, dann schauen wir mal, auf welchen Feldern wir hier aktiv werden. So, ihn schmeißen wir wieder an und dann hinter dem New Holland her. Ja, man muss mittlerweile auch ein bisschen aufpassen und überlegen, weil wir haben so viele Produktionen, müssen schauen, wo wir was brauchen. Gerade die landwirtschaftliche Produktion kann mit vielen, vielen, vielen Errungstoffen umgehen und uns Material herstellen. Und so ein bisschen möchte ich auch versuchen, wie ich es schon gesagt habe, zum Beispiel Herbizid, Flüssigdünger, Feststoffdünger und natürlich Saatgut möchte ich gerne ein bisschen selber herstellen. Schweinefutter natürlich auch und ähnliches. Aber wir werden natürlich auch zum Beispiel bei den Schweinen das Material auch direkt einwerfen, denn so viel kann ich gar nicht produzieren, wie die Tierchen da eigentlich uns, ja, wegfressen. So, ich denke, der ist soweit leer. Genau, dann können wir den hier lassen. Sehr schön. Und dann stellen wir den mal aus dem Weg. Nicht, dass der hier den New Holland beim Wenden ärgert. Okay. So, da müssen wir hin und los geht's. Und Maschinen schon. Los geht's. Stroh einsammeln. Ja. Kommen wir zu unserem anderen Voting, denn ich habe euch ja auch gefragt oder euch abstimmen lassen, mit welchen Projekten wir zukünftig weitermachen wollen. Denn andere Projekte stehen ja sozusagen in den Startlöchern. Noch ist die Oberschwaben nicht da, aber die ist ja bei uns schon gesetzt. Also zumindest habe ich sie noch nicht gesehen im Mod-Hub. Aber wir wollen uns da doch ein bisschen die nächste Zeit konzentrieren. Und ich habe euch gefragt, wie es aussieht. Wollt ihr die Alteiche, Neu-Mini-Brunnen, also diese Map, die Kallebach oder die Galgenberg weiter sehen? Und da habt ihr auch fleißig mitgemacht. Auch hier gilt, Voting ist noch offen bis Samstagabend, 20 Uhr. Und es hatte sich ziemlich schnell herauskristallisiert, dass die Galgenberg eigentlich stark bei euch favorisiert war. Aber da hat sich jetzt mittlerweile einiges getan. Jetzt ist die Alteiche ganz vorne. Und ja, was halt leider auch so ist. Und ist, dass die Neu-Mini-Brunnen leider zurückgefallen ist? Naja, es ist euer Voting. Ihr entscheidet, was ihr zukünftig sehen wollt. Und die Kallebach ist im Moment an dritter Stelle. Und ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie wir das Ganze umsetzen. Und eine Möglichkeit wäre natürlich, dass wir zukünftig mit den beiden Scream-Terminen dann eine spielen wir die Alteiche und eine spielen wir die Galgenberg als Bigfarm-Projekt, wo wir ja uns auch ein bisschen ausbauen wollen, weiter vorwärts kommen wollen. Da werden wir Felder zusammenlegen, um dann so ein kleines bisschen einen Bigfarm-Charakter zu bekommen. Denn wir hatten ja früher die Neu-Bartelshagen als Bigfarm-Projekt. Aber da ging dann ein bisschen was schief, was mit Helfern und Ähnlichem angeht. Und da sind wir dann doch, glaube ich, auf der Galgenberg ein kleines bisschen besser aufgestellt. Denn wir haben da ja in den letzten Folgen Silos platziert. Und ich bin mal gespannt, ob es uns wirklich gelingt, dann, wenn wir in die Mais-Häcksel-Aktionen gehen, tatsächlich hier mit zwei Abfahrern zu arbeiten, wo der KI-Helfer die dann auch entsprechend zu den Silos bringt. Aber da werdet ihr dann mehr sehen mit Sicherheit in einem der nächsten Livestreams. Wenn sich an dem Voting nichts ändert, ihr habt die Sache immer noch in der Hand. Also überlegt euch gerne, 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 welche Projekte ihr hier weiterhin auf dem Kanal sehen wollt. Ob es jetzt hier die Alt-Eiche ist, unser Classic-Projekt, die Alt-Map, die ihr gerade seht. Oder mal teste, nämlich die gute Kallebach. Oder wir in unser Bigfarm-Projekt weiter vorankommen wollen, um hier die Galgenberg vielleicht auch mal ganz, ganz groß auszubauen. So. Nexerion ist soweit. Ich überlege gerade, lasst mich mal kurz schauen, bringen wir das Ganze wieder hoch oder nicht. Also, lasst mich mal schauen. Hier, Gerste ist schon durch, Hafer ist noch in der Mühle. So, die Ölmühle hat auch noch ein bisschen Sonnenblumen, die brauchen wir auch. Und Rapsöl. Raps habe ich hingebracht, damit wir Rapsöl produzieren. So, die Kleidung läuft. Hier haben wir mittlerweile den Haferdrink. Und für Hafer brauchen wir auf jeden Fall Sonnenblumenöl. Und davon haben wir leider nicht ganz so viel, wenn ich das richtig sehe. Ja, okay, warten wir es mal ab. Dann machen wir hier nämlich auch noch Haferdrink. Landmilch läuft wie das Messer. Und überhaupt haben wir Milch ohne Ende. So, hier das hessische Fermentersilo an unserem Haupthof. Da läuft auch mittlerweile die Produktion in vollen Touren. Wir haben jede Menge Heu. Und wir werden, wenn wir das Ackergras ernten, wieder Heu bekommen. Also Heu ist nicht mehr das Problem. Apropos Heu, wir haben auch noch zwei Grasfelder. Wir haben noch zwei Grasfelder, die auch wieder erntereif sind. Also da können wir auch noch kräftig, kräftig Gras produzieren. So, jetzt aber hier unten die Silageproduktion. Die ist oben an unserem Alpenhof. Stroh könnten wir, wir haben natürlich oben auch Strohballen, aber wir tun uns natürlich leichter. Aber im Prinzip ist es Kopfsblick sprungen, weil im Zweifel machen wir das Stroh einfach zu Silage. Also, dann fahren wir mal hoch zu unserem Alpenhof. Und dann bringen wir hier das Stroh weg. So, und dann haben wir, wie gesagt, noch ein Feld Ackergras zu bearbeiten. Ach du Schande, was steht denn hier noch rum? Ach, Pappeln. Okay. So. Ich habe den Verkehr, wie ihr seht, natürlich. Pre-Order now. Forming Simulator 25. Okay. Sehr schön. So, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Was wollte ich eigentlich sagen? Ja, also wir haben auf jeden Fall noch zwei Felder Gras und da bin ich am überlegen, weil wir haben im Moment, glaube ich, kein Mähwerk mehr. Aber wenn ich auf diesen Kontostand da oben schaue und ich hatte ja immer ein bisschen geliebeugelt, vielleicht kommt hier noch... Ja, die wunderschöne Maschinensche von Krone, der Selbstfahrer zum Einsatz, mit dem wir dann auch ruckzuck über die Felder beziehungsweise über das Grasfeld kommen. Aber da war leider noch nichts dabei. Jetzt bin ich überlegen, ob es sich wirklich lohnt, das noch zu kaufen oder ob wir uns das einfach für die Mähaktion mal leihen. Wir werden sehen. So, auch er hier, der Xerion, tut sich hier ganz schön. Arbeitet, arbeitet, um hier hochzukommen. So, da sind wir doch jetzt hier an unserem kleinen Alpenhof. Dann können wir auch mal kurz nach dem Rechten sehen. Wir werden hier mit dem Kollegen rückwärts einfahren. So, das Ganze machen wir dann hier. Ich meine, wir haben ja schlechte Erfahrungen gemacht hier mit dieser Ecke. Da sind wir ja schon mal böse, böse hängen geblieben in einer Folge. Weiß immer noch nicht, wie oder warum. Aber irgendwie sind wir hier an der Hecke hängen geblieben und dann ging nichts mehr. So, deswegen lieber mal hier ein bisschen mit Abstand. So, Dille. Also, was wir mittlerweile Maschinen auf dieser Map haben. So, jetzt muss ich ja noch mal reinschauen. Vielleicht haben wir ja doch Glück. Oh, ein Panther 2. Wir haben doch ein Zuckerrübenfeld. Der ist doch für Zuckerrüben ja hervorragend. Da kribbelt es mir doch schon wieder in den Fingern. Hm, warten wir es ab. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er doch. Die Mähtechnik mit dem Krone. Big M. Ah ja, stimmt. Da gibt es ja auch den Krone mit Zapfwelle. Und dann könnten wir nämlich auch gleich Ballen machen. Wollen wir überhaupt Ballen machen? Ja, da muss ich mir noch Gedanken machen. Was würde uns denn das Teilchen in der Miete kosten? Miete. Na, 20.000 ist doch gar nichts. Dann werden wir uns denn mieten. Aber nicht mehr in dieser Folge, Freunde, sondern wohl eher in der nächsten Folge. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Das soll es gewesen sein für diese Folge hier von der Neu-Mini-Brunnen. Und denkt daran, es geht wieder los. Wir werden wieder streamen am Donnerstag. Würde mich freuen, wenn ihr da dabei seid. Und ansonsten, vergesst nicht, schaut mal rein in die Community. Denn da gibt es noch Möglichkeiten, den Kanal mitzugestalten. Ich bedanke mich recht herzlich und sage wie man an dieser Stelle. Tschüss, da cheerio. Euer Baden Farmer.